Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Primitive Kulturen glaubten, himmlische Erscheinungen seien nur Vorboten für irdische Ereignisse Und so nahm sie an, dass während einer Sonnenfinsternis die Dunkelheit über das Licht triumphierte Schließ deine Augen Ist irgendjemand hier bei uns? Willst du mit irgendeiner von uns sprechen? Warst du das gerade? Was du hier getan hast, ist wirklich gefährlich Er versucht uns zu verletzen Wer denn? Das weiß ich nicht Du hast noch Geschwister, oder? Ja, drei Du wirst sie beschützen müssen Bleibt stehen Ich bin doch die Einzige hier Nein Du bist nicht allein hier Hilf uns, Vero Du hast ihn gerufen Du hast ihn gesprt, oder? Du hast ihn gerufen, Spannungsvolle Du hast ihn gesprt, oder? Ich bin doch nichts Dein Gott Du hast ihn gesprt, oder? Ich bin doch nichts Du hast ihn gesprt, oder? Du hast ihn gesprt, oder? Ich bin doch